So, dann ist er wieder mit Doom Eternal, nachdem die letzte Map im Vergleich kompletter Reihenfall war, also die letzten beiden Folgen, die kann man einfach getrost durchschmeißen, das war ein Griff ins Klo, ja, keine Ahnung was da abgehen mit dem Map-Entwickler, also der erste Teil, der so, obwohl ich das so gesagt habe, der erinnert mich an Hexen, der war wunderbar, aber Nee, insgesamt, Katastrophe So Oh mein Gott Oh mein Gott, da habe ich noch das Faserfaktum aufgesammelt Oh mein Gott, warum konnte ich mich gerade bei ihm kesseln? Okay, nach rechts laufen, das ist eine schlechte Idee Alter, da kriege ich auch meine Schaden, da kriege ich gar keine Schaden, da ist jetzt nicht los Ja, aber gut jetzt Keine Chance, küsse ich mich sofort ein Ich verspüre jetzt schon die gleiche Lustlosigkeit wieder hinzu Ja Ja Das ist scheiße Hä? Ist das gerade beim Klopfdrücken die Waffen verschwinden oder was? Ähm, Up to the Sky oder was jetzt? Oh Mann, ey! Oh ja, klar, der Film hat genau so praktisch wie das jetzt so. Oh Mann! Oh Mann! Äh, nee! Was haben Sie hier? Fuck, man. Achtung! noch mehr, was noch drücken kann? ne ah, ja lol ok ist schon geil, ja warum? ja ich frage mich, Alter hab ich doch noch ja, der liegt jetzt die die war wird 10 10 wer wird der war Ich dachte, da kann ich nicht rauf. Ach, Spur. Okay, ich kann rauf. Wow. Weitere Waffe. So. Noch eine Pinkies? So. 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 Oh ja. Oh ja. Oh ja. Könnt doch dafür rupfen. Ja, natürlich nur schießen, wenn er auch schießt, damit er stillsteht. Hallo? Hallo? Na komm. Okay, 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 okay. Oh, so gut. Oh nein! Penne mit mir dritten! Hä? Wieso kommt der weg? Oh, was soll ich nicht durch? Wenn er wohl kaum zu fett sein, oder? Oder hängen die sich ja bei der Kante auf. Wäre echt recht dämlich. Hey, sieht zu aus. Jetzt auch nicht weiter. Man muss schon wieder diese Sachen so fast nicht weitergehen. Lieber nicht. Das sieht irgendwie nach Falle aus. Ja, genau. Oh ja, fertig mal. So, jetzt. Ach so, da mit dem... Ja, genau, da mit dem Gitter. Ach so... Ach so, da mit dem Gitter. Ach so, da mit dem Gitter. Ach so, da mit dem... Ich würde mir die Raketen wieder gerne aufheben, für Spätere, wenn wir mit Cyber-Deepern und so. Ah! Hier bin ich jetzt. Wieder einmal schon Kreise gelaufen. An der ersten Zeit habe ich irgendwo eine Spinne, was mir gar nicht gefällt. Dann habe ich dann Ziergut übersehen, was mir auch nicht wirklich gefällt. Hä? Ah! Aber warum ist das jetzt hier wieder Ziergut mit dem Ding? Achso, na gut, okay, wir nehmen den Ding. Aber normalerweise macht das da vorne so im Gitter überhaupt keinen Sinn, weil wie gesagt, bei Vanilla droppen die Viecher ja gar nichts. Da fällt, da kommt er da, aber ich darf keine Missionen. Sollte ich mich wieder hier. Ich wollte uns eine Frage stellen, ob ich das mit Sinn hat, aber ich glaube, ich zerleg erst mal die Spinne. Einfach mit dem Karton, da. Moment mal, da. War ja klar. Ich klasse mich nicht raus, also scheint es nicht mehr Platz rum zu sein. Also, ich kann das jetzt auch mit dem Gitter, ich kann das auch mit dem Gitter hüten, der hat mich zu der Frage bred. Was muss ich denn eigentlich machen? Ah! Da kastet ihr was so aus, wo ich jetzt weiß, was bohfaite. Hätte. Hätte jetzt die Fahrradkette. Was muss ich denn eigentlich machen? Hilfe! So, hier ging es noch weiter, ne? Ja. nicht schon wieder blauer key ich habe noch ein drüber wegen letzter bitte hör auf ich glaube ich muss die weit unten nennen die farbenmappe sind ausbauscht, dass ich das auf dem blauen key und grün key mache keine ahnung da sind aber auch wieder zwei so eine texture, seht ihr die? das sind viele texturen, hat auch wieder unfassbar zu bedeuten das ist aber hier hinten ist was Nichts. Gar nichts. Ah, wow. Und ich sehe das nicht, ich könnte es nicht. Okay, das wird zu. Geh mich zu, das war Stuttgart. So, ich versuche mal wieder direkt runter zu gehen. Ach so, ich dachte, der Brunfeld ist jetzt runter oder so. Ach, da kommt noch was. Okay, es ist jetzt was dran runter. Teleporter? Oh, das war doch klar. Teleporter sind immer größer. Für diese einfache Regel nicht kennt, hat definitiv was verpennt. So. Oh, jetzt geht's da weiter und da weiter, aber nichts tut sich. Wow. Wow. Ah. Oh. Hä? 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 Die klappen jetzt hier. Junge. Okay. Zum Glück habt ihr hier so viel Stutting getroppt. Hä? Umrundet, Bitch. Ähm. Wo ich aber gar nicht verrägt kann das sein. Wow. Hä? Das hat jetzt noch weniger Sinn. Alter, warum musst du auch so wenig Sinn machen? Okay. Danke. Danke. So, das hätten wir schon mal. Jetzt die Frage, was mache ich mit dem Teleporter? Da. Weil rauf gehen kann dann nicht wieder Sinn sein, weil ich nicht hier oben aber hier oben... Ah. Oh Gott. Jump here. Oh oh. Ähm. Ähm. Dazu muss man jetzt sagen, man kann normalerweise nicht springen. Wisst ihr, was die mit springen meinen? Etwas, was nicht sehr gesund ist. Und zwar einen sogenannten Arzweilsprung. Man geht hier rauf oder geht da hin. Hä? Ich kann nicht aus. Ähm. Hä? Na komm. Weil, ihr seht ja, ne? Wenn die mich angreifen, dann spreche ich aber ganz kurz. Genau das machen die damit, aber der Rechte von der Höhe gar nicht aus. Was? Ah. Wieso hast du jetzt bei denen die Rechte von meinem anderen nicht? Oh. 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 Ja. Oh. Wenn ich nochmal eine zweiteほど kann? Huh. Oh, und cluesik. ... dass die reformolen sind. Wenn ich überall hängenbleiben würde, ja. Könnte ich genau das machen. Tada! Handy, hier ist ja geklappt. Oh Leute, flicke dich mal durch. Was soll ich denn? Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn hier machen? Schamke hier. Ich spieke das nicht. Ich spieke das nicht. ach durch den schalter durch gescheitert schalter okay das heißt okay das heißt ich kann quasi direkt schmolle, so fache, schräg so fache, so Ja, es geht besser. Dafür werden wir viele angenehmer. So. Ich schreibe zwei. Oh Mann. Hä? Oh Gott. Oh Gott. Also jetzt gehe ich in den linken rein. Und wieder hier. Das auch hoch. Jetzt gehe ich in den rechten rein. Der war da, wo ich bereits offen hatte. Jetzt? Hier ist noch Feuer. Hier ist jetzt ja offen. Aber jetzt muss ich hin. Gehen ja. Alter. Warum ist sowas? Ich bitte euch. Sowas kannst du doch keinem erzählen. Ich erwarte eigentlich noch Falle hier. Aber... Ich wusste es doch. Wie kann man den Pappenheim machen? Wie kann man den Pappenheim machen? Hm. Das ist ne geile Optik. Ist das jetzt Exit? Nein, ich spreche nicht. Oh. Wie kann man den Pappenheim machen? Wie kann man den Pappenheim machen? Möchte. Wie kann man den Pappenheim machen? Das ist ja genau. Ich bin auch schon aus der hood. aber wenigstens etwas womit man... Nein, ich wollte... ...klar, geh runter. Jetzt kann ich die Luft jetzt anziehen. Ich werde mal schnell zu dir gehen. 20er Schachtel holen. Danke. Danke schön. Noch eine? Noch eine, oder? Oder hab ich gewonnen? Das war der, der sich montiert hat, ohne dass ich ihn gesehen habe. Okay, gut, danke ich nicht. Ist hier auch so eine geile Parcours-Strecke. Whatever. So, das könnte ich stundenlang... lang rum. Okay. The question is... Was mache ich jetzt? So, da ist noch mal eine 20er Schachtel. Oh, das kommen Kacko-Demons. Sie sind zum Glück sehr leicht zu anliegen, wenn man sie alle im Blick hat. Wohlgemerkt. Das ist eigentlich immer gar nicht zu ernst zu geben. So, noch mehr, oder war es das jetzt so? So, hier unten gefallen wir euch vielleicht gar nicht. Aber ich wollte erst mal nicht ran. Ähm... Wie es aussieht, muss ich sie aber anliegen. Ich speilere trotzdem vorher mal. Fussegucken kriegt ihr gar nichts. Okay, das heißt, ich gehe noch mal runter. Gucken wir mal, wie das kommt jetzt. Ja, ist er... Cecilka bei... Ah! Ist das schon das Ende? Na gut, dann würde ich mal sagen... Wenn man schon das Ende ist, dann... Bin ich darüber sehr befreut. Und, ähm... Danke. Halt, ich werde... Ach... Na gut. In dem Sinne dann, äh... Schau mit V. Bis morgen. .... Das war ja. Wir lieben. Ich habe das ganze Zeit. Wir blenden Karte.